Wir rocken es! Wir haben dich schon kennengelernt. Eigentlich kannte ich Matthias Eisner schon aus früheren Tagen. Ebenfalls als VNW-Trainer. Und irgendwann haben wir uns mal wieder getroffen und gesagt, ja, was machst du gerade? Ja, ich mach das, er macht jenes. Wir machen das Ähnliche. Wollen wir nicht gemeinsam an gemeinsamen Zielen mehr erreichen? Dann habe ich gesagt, das ist eine verdammt gute Idee. Und ja, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Wie man sagt, in Österreich. Was waren meine Beweggründe, warum ich zur Comdivision gegangen bin oder warum ich mich der Comdivision angeschlossen habe? Es ist nicht einfacher, immer in einem Team zu spielen. Aber ein Team aus Gleichgesinnten erzeugt Motivation, zusätzliche Kraft, Ansprechpartner in Fragen, die man alleine schwieriger lösen kann. Und das sind die Vorteile, die ein Team mit sich bringt, im Gegensatz zu einem Einzelteam. Warum soll sich wer anderer an die Comdivision anschließen? Naja, er muss definitiv Spaß an der Arbeit haben, die er macht. Und auch eine gehörige Portion Selbstmotivation mitbringen. Aber er findet dann viel Unterstützung in arbeitstechnischer Natur, privater Natur. Wir haben einen guten Umgangston in der Regel. Nein, immer. Immer. Es ist nur eine Frage der Interpretation.